Barakallahu alayhi wa sallam, das geht hier um diese Ayat, dass die Stunde nahe geworden ist und dass der Mond sich spaltet. Und zwar, barakallahu alayhi wa sallam, die Kuffar von Quraysh kamen zum Propheten und sie haben gesagt, wir werden den Islam entnehmen, wenn du uns ein Wunder zeigst oder etwas zeigst. Sie haben gesagt, was wollt ihr? Dann haben sie gesagt, wir wollen, dass der Mond sich spaltet. Dann hat der Propheten ein Bittgebet gemacht und Allah hat ihm diese Gabe gegeben, indem der Mond sich spaltet. Was haben sie gesagt? Das ist Magie. Das ist Magie und die haben ihm trotzdem nicht geglaubt und sie sind geblieben nach ihrem Kuffer. Möge Allah uns bewahren.